whisky jason hier aus der sicht eines amerikaners jetzt hier mit mein zweites video zu thema elch whisky torf duett erste auflage whisky base nummer 1688 33 59 euro für eine 0,7 liter flasche finde ich bombastisch also das ist hier von georg kugler und damit sein elch whisky oder auch toys brunner eich brau und kunstkorken finde ich ganz gut und was wir haben ist 90 prozent bourbon fässern und zehn prozent akazien fässer also vergiss nicht wir sind in deutschland hier auch mit dieser abfüllung und deshalb ist da kein zwang an eichenfässer zu benutzen schottland eichenfässern irland nein american bourbon ausgekohlte eichenfässern aber nicht in deutschland und nicht in europa nur schottland hat diese regel was wir haben ist baukot also das ist der 20 da steht baukot daher 20 schrägstrich 14 und ich habe 21 09 ich habe keine ahnung ob ich die zweite auflage habe ich hier war mal streng limitiert 34 ppm 90 prozent bourbon 10 prozent gemelze gerste keine ahnung also einzige der da überhaupt denn bei whisky base zu finden war gläser habe ich vom georg bekommen also für alle meine super fans werde ich noch eine kleine auktion machen dass ihr das so macht nun da genau wo ist die flasche ich werde es einfach mal vergleichen mit hoffen gut dorf nummer sieben den habe ich hier gerade auch verkostet 50,2 prozent hier sind wir 50,6 prozent und ich finde dieses einfach mal fair beide sind 59 prozent hier sherry hier 10 prozent akazien so das interessante ist georg kugler hat damals als brennmeister also schon braumeister und edelbrand sommelier einfach beschlossen seine eigene whisky zu produzieren hat die anlage gekauft hat gemerkt dass er gerne torfige whiskys trinkt und er würde gerne einen torfigen whisky produzieren wo kriegt man den dorf er wollte eigentlich keine single malt scotch in deutschland produzieren das ist im grunde das was st kirien macht ohne das abzuwerten sondern sagte ich will german whisky ich will deutsche whisky in deutschland machen und deshalb brauche ich deutsche torf und er hat tatsächlich einen ort gefunden in norddeutschland wo er diesen torf stechen ließ trocknen ließ dann kommt das rüber nach belgien in belgien wird denn da deutsche getreide hinzugetan und dann wurde es geräuchert gemelzt und dann kommt wieder zu druck bei eben warum wird das nicht in deutschland gemacht dass hier mit dem torf war halt ihn wir im bierland sind sobald torfen wir ist no go und deshalb die ganzen mails anlagen haben da keine spezielle maschinen nur vertorft denn einmal getorft er für immer getorft ja ok so ich mache die gläser irgendwie nicht so wenn man so der 0 2 strich ist übrigens da unten also das verleitet ein bisschen hier ja ja schauen wir mal ob ich tatsächlich unterschied auch hier merken kann zwischen mit scherien ohne scherien ok also ein kleines bisschen grün ein kleines bisschen jung hier unser torf und dorf nummer sieben der ist schokoladiger cremiger vanilliger und leicht fruchtiger also der bad 6 hat das was bei sieben gefallen und jetzt gefällt mir praktisch der torfendorf besser als der torf du duet duet zwei leute singen nur und von daher nur bourbon und akazienfässern hier der sherry anteil ist deutlicher zu spüren ich finde diesen namen torf und dorf einfach mal bravo auch der in der namen von der webshop also wo man den whisky kauft finde ich auch einfach mal putzig kauf minus deinen minus elch punkte also wahnsinn wahnsinn also hier muss ich lob einfach mal aussprechen denn hier wenn ich zu der webseite hingehe zur homepage da stehend hast du die informationen produktinformationen 90% bourbon 10% akazienfässern im glas funkelte whisky in satten stroh gold und zieht ölige schlieren in an der glaswand nase sofort steigt kalte rauchende nase und lässt bilder von einem verglimmenden lagerfeuer aufkommen ich lese einfach mal vorher jemand als erfreude gehabt das hier zu machen dazu gesetzt sich helle fruchtige anklänge die mich zunächst an bananen mit der zeit dann immer mehr an reifen eingeweckten birnen erinnert eine feine würze macht sich im hintergrund bemerkbar die mich an gewürznelken kräuterbonbon erinnert anklänge von malz und butterscotch verbinden sich mit einem kräftigen krise vanille und runden das facettreiche aroma ab also patrick grasa hat dann diese noten hier geschrieben wow patrick also wahnsinn wie wie ausgeschmuckt du das hier machst ne vieles davon habe ich nicht sorry ok probieren wir 50,6 gegen 50,2 da ist eine erst eine leicht jugend moment für mich da drin fast leicht metallisch da ist eine eine holzige moment der anders ist und das muss auch der mit akazien sein stark stellt stelle ich mir einfach so vor da ist eine kräuterige moment an viel vanille gefällt mir aber hier ist doch auch obwohl es 34 ist hier steht auch 34 also 34 und 34 so auf der webseite hier von torfer genau hier erstmal wurde malz mit deutschem torf ppm 32 geräuchert um ein einzigartiger whisky spielerzeit zu erschaffen also webseite steht 32 noch georg falls du zuerst und auf deiner flaschen steht hier 34 bitte ein übereinklang bringen miteinander würde mich und mein herz freuen ok also ich gehe noch mal zurück das was patrick hier geschrieben hat mit einem kräftigen antritt und ein prise chili bereitet sich der whisky in mundraum aus ein geschmack von kalten rauch und birnen kapotten prägen den ersten eindruck des single modes allmählich kommen deutliche anklängen von dunkle schokolade durch habe ich nicht der rauch eindrückt eindruck tritt in den hintergrund und ich fühle mich an birnen helena erinnert vielleicht leicht bevor sich der geschmack von malz und kräuterbonbons bemerkbar macht der finish ist lang und wärmend mit dunkler schokolade nein gerüstetem holz vielleicht aber ein hauch fruchtige soße fazit mit dem torf duett hat die fränkische elch whisky brennerei eine passende ergänzung zum tor vom dorf der zu einem guten teil auch in scherienfässern reift aufgelegt das zusammenspiel aus bourbon und akazienfässern prägen prägt einen kräftigen fruchtigen süßen und mild würzigen whisky ein toller whisky für gemütliche herbstabende an dem kamin oder aus digestiv nach dem leckeren festtags essen dabei sollte man den torf duett auf jeden fall etwas zeit im glas lassen habe ich nicht gemacht so naja gut ich bin schon dabei hier zehn minuten bestimmt hier zu kraseln so ein bisschen wasser dazu schauen wir mal was passiert und dann gehen wir ganz kurz zu tor vom dorf und dann geben wir unsere gebe ich hier meine beurteilung rauch kommt ein kleines bisschen stärker mit dem wasser durch nicht überraschend auch leichte diese leichte metallische momente da drin die jugend nicht so alt wie ich es gerne hätte also dass kein holz bracht also keine übermäßige arm zu viel holz die idee finde ich gut danke georg ich finde es cool dass jetzt zwei kernprodukte hast also co range products und ich finde es übermäßig cool dass du abfüllst in 0,7 wer schon einmal was von werbung verstanden hat oder verstehe er hat jetzt hier ein neues elch einfach antworten der ist ein bisschen aussieht wie ein bisschen wie ein bodybuilder elch also also der jägermeister elch auf steroiden ja also das ist schon irgendwie richtig maskulin das ganze ok auch mal der riecht so viel besser für mich also ich merke einfach dass ich diesen sherry hier drin brauche haben will eindeutig mein favorit von den beiden und da haben der asche auch noch hinten raus interessant dass sie sich so unterschiedlich auch mit der rauchen mit der asche sich verhalten an das kommt von holz offenbar cool ok meine frage des tages ich glaube mein video zu torf vom dorf habe ich hier gar keine richtige frage gestellt welche rauchige whisky der nicht scotch ist könnte empfehlen damit habe ich ganz schön viel ausgeklammert es gibt in irland rauchige whisky es gibt in deutschland rauchige whisky es gibt in amerika rauchige whisky es gibt in japan rauchige whisky es gibt in frankreich rauchige whisky und 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 welcher whisky der nicht aus schottland kommt da nichts gottisch ist der rauchig ist könnt ihr empfehlen schreibt es einfach unten in kommentar würde mich interessieren bitte liken bitte abonnieren bitte teil meine whatsapp flaschenteilung gruppe werden die wurden das set verteilt die wurden schnell auch verteilt also ich freue mich dass das so gut geklappt hat und wir sehen uns jeden tag hier 17.30 jeden sonntag abend 21 uhr mein gast und meistens entweder samstag oder freitag gibt es einen blind tasting hier oder irgendeinen charity abend oder ein community runde oder sonst irgendetwas und wenn du auch in diesen samples kommen willst musst du unten in der facebook facebook in der war hast du lange her in der whatsapp flaschenteilung gruppe auch mitmachen alles gute bis dahin